So Oh Gott, ja natürlich kann ich mich erinnern, hier bin ich sehr oft gescheitert An sowas zum Beispiel Na komm So was von nie wieder raus? Wie sagen wir das jetzt schaffen, ja Da komm ich hoch, oder? Ja doch, da komm ich hoch Sehr schön Ja, wenn ich hier bei dem Level Ich sag mal, wenn ich zehnmal verkackt habe und so richtig im Rage-Modus bin Dann lernt ihr auch meine Speed-Route kennen Wie gesagt, ich habe mit dem schon so oft durchgespielt Das sind doch eins der Levels, die früher schon vorhanden waren Äh Fuck Ah, ich hab verloren, ich bin schon raus Oh Gott Ich dachte schon, ich bin schon raus, aber Ich bin fast raus Ich bin jetzt hier anstelle Oha Auf und du mal Hat ich ja nicht gerade geholt So und genau wegen der Zone, die in den Jets kommt Ich werde so oft verkacken Habe ich das nicht gerade gesagt Okay, ich nehme gleich die Speed-Route, ganz ehrlich Ähm Ähm Ja, Status ist weg, jetzt kann ich noch schlecht lausspringen Ja, Status ist weg, jetzt kann ich noch schlecht lausspringen Nein! Nein! Mann, das ist doch scheiße. Habe ich schon wieder zu spät? man ist doch jetzt so früh meine ich doch also jetzt hat man wieder ein bisschen level was mit eine halbe stunde geht und nicht zwei minuten oh 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 So, gibt es hier mal eine Glocke? Ne, ne? Oh, Alter. Doch, dann gibt es eine Glocke. Okay. Äh, der geht nicht runter? Okay. Ah, komm her. Drei Mo. Kein Siebel, kein nichts, kein gar nichts. Ja, seitdem kann ich da, kann ich das natürlich nicht ran, weil, ihr brauchst so dickfeuerdickster Bumster. Alles ist natürlich aufgeschmolzen. Wow. Na komm. Was? Was soll man lassen? Ich könnte doch vergessen, dass das hier noch was wird. Was? Leck mich doch. Jetzt mal wieder eine Blume. Äh. Oh, ich brauch wohl keine Blume. Oh mein Gott. Hat er gerade mal drei Minuten? Oder wollt ihr, dass man neu gestartet habe? Hat er jetzt mal die Zeit noch begonnen zu berechnen? Das war noch keine drei Minuten, war das viel länger. Keine Ahnung, schon mit V. Mal. Mal.